Jo, gude meine Freunde, ihr seht's, ich sitze im Studio der WWE Wochenschau, aber in Zivil. Es gibt zum einen nicht wirklich so sonderlich was Neues zu berichten. Wir haben die Daily Streak, die läuft, sammelt die schön fleißig ein. Am Mittwoch kommt die neue Stufe, mehr Infos wie letzte Woche haben wir da auch noch nicht. Und ja, die Drops, auch da ist noch nichts raus, wird wahrscheinlich alles noch kommen. Ich dachte aber, ich nehme trotzdem ein Video auf und nutze das, um euch ein paar Mitteilungen zu geben. Weil, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das Jahr hat mich extrem angestrengt. Ich hatte noch nie in meinem Leben so ein anstrengendes Jahr wie dieses Jahr. Und darum werde ich mir ein paar Tage aufnehmen. Off heißt so quasi keine geplanten Videos, keine geplanten Streams. Wenn ich Bock habe, werde ich durchaus anschmeißen. Aber ich brauche jetzt erstmal Zeit, Freiraum, wie auch immer. Und werde daher erst wieder im Januar in einen planmäßigen Rhythmus reinfallen. Das heißt jetzt nicht, dass ich gar nichts mehr mache. Könnte passieren, aber ich glaube es nicht, weil ich zocke halt gerne und ich quatsche halt gerne. Und darum ist natürlich Stream auch eine gute Alternative. Aber rechnet mal jetzt nicht zwingend am Mittwoch zum Stufenstart mit mir. Twitch-Drops am Freitag, Samstag weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Mal gucken, wie es dann nach den Feiertagen aussieht. Wie viel Energie ich geschafft habe. Ich kann es auch spontan mir anders überlegen. Ich will nur sagen, rechnet erstmal nicht mit irgendeinem Content von mir, der wieder planmäßig läuft. Der wird erst ab Januar da sein. Ja, wie gesagt, ich habe es gesagt. Das Jahr hat mich extrem angestrengt. Ich merke das. Ich hatte jetzt Freitag frei. Ich habe einfach nur mal den ganzen Tag Luft geholt. Und es hat mir echt gut getan. Aber ich merke, wenn ich dann zwei, drei Stunden irgendwas mache, da ist die Energie raus. Und darum, ich möchte jetzt Energiereserven wieder aufbauen. Ich kann das im Übrigen nur jedem mal empfehlen, ein paar Tage off zu nehmen und sich zu erholen, damit wieder die Energie fürs neue Jahr da ist. Ich versuche alles, was ich in diesem Jahr nicht hingekriegt habe, aufgrund meiner Arbeit, dann natürlich meine Pläne, Ideen und Visionen im nächsten Jahr umzusetzen. Aber jetzt würde ich erstmal einfach nur sagen, Leute, habt eine schöne Zeit. Habt einen schönen dritten Advent, der heute ist. Habt schöne Weihnachtstage und falls man sich nicht mehr hört, dann natürlich auch noch einen guten Rutsch. Wenn ich online komme auf Twitch, dann wird das spontan sein. Dann kann das sein, dass ich Warcraft Rumble zocke. Dann kann es sein, dass ich WWE Supercard zocke. Dann kann es aber auch sein, dass ich irgendein Aufbaustrategiespiel mal anmache, wo ich einfach Bock habe zu zocken und mich freue, wenn jemand dabei ist. Darum, Leute, sage ich jetzt erstmal ein besinnliches Jahresende. Ich wünsche euch nur die besten Karten in der neuen Stufe und alles das, was ihr euch wünscht, soll in Erfüllung gehen. Leute, macht's gut. Bis dann.